Dafür kriegen die öffentlich von unseren Steuergeldern finanzierten, gebührenfinanzierten, öffentlich-rechtlichen Anstalten, kriegen dafür Geld, dass sie ein Polit, übrigens die reichsten gebührenfinanzierten Anstalten der ganzen Welt, die kriegen das Geld nur dafür, weil in unserer Verfassung aufgrund der bitteren Erfahrung der Nazizeit ein Auftrag für politische Bildung und Aufklärung formuliert worden ist. Dafür gibt es das Geld. Und dieser Journalist, der diesen Politiker erstmals in die Schranken weisen würde, der würde ihn endlich mal erfüllen, den Auftrag. Aber dann kämen sie nicht mehr, die Politiker. Und damit sie kommen, sagen sie es nicht. Und die gehen alle gerne hin, weil sie genauer wissen, sie können ihr Geplapper weiter ausbreiten. Sie können ihre undichten Sprechblasen entleeren in den öffentlich-rechtlichen Bedürfnissen anstrahlen bei den Klofrauen, egal wie sie heißen, Ilna, Maischberger, völlig egal. Und wenn sie nach Verrichten ihrer intellektuellen Notdurft noch was am Nachtröpfen bemerken, da können sie sich in der Woche drauf, noch bei Beckmann, Kerner, Lanz und Co. an der emotionalen Pissrinne und das Volkwischen, das ist die Situation. Liebe Journalisten, Redakteure und Medienmacher, viele Menschen stehen heute in ganz Deutschland bei euch und wir wollen miteinander reden. Wir wollen den Beginn eines historischen Dialoges mit unserem öffentlichen Rundfunk. Der heutige Tag soll aber nicht für eine Revolution stehen, sondern für eine Evolution. Und unser Glaube an diese Zukunft Europas stützt sich heute vor allem auf Frieden, Ehrlichkeit und Brüderlichkeit. Brüderlichkeit ist das Fundament. Sie steht für die Menschheitsfamilie, für das Bewusstsein, dass wir nur zusammen unsere Ziele erreichen können, indem wir in einer Gemeinschaft unsere Stärken verbinden und unsere Schwächen ausgleichen. Frieden ist unser höchstes Ziel, sowohl der innere Frieden als auch der äußere, im Kleinen wie im Großen. Und Ehrlichkeit, das ist das Mittel, um unser Ziel zu erreichen. Denn die Ehrlichkeit steht für die starke und mutige und unabhängige vierte Säule der Gewaltenteilung. Und wir stehen hier, um uns alle an diese wertvolle Aufgabe der vierten Säule zu erinnern. Wir wollen darüber reden, wie wir diese vierte Säule zur wichtigsten Kraft einer friedlichen und ehrlichen Zukunft machen können. Mit den Werten und Möglichkeiten der freiheitlich-demokratischen Grundordnung können wir diese Herausforderung meistern. Und wenn wir Geschichte schreiben wollen, müssen wir unsere Entscheidungen auch auf der Grundlage einer ehrlichen historischen Einordnung und einer konsequenten historischen Aufarbeitung treffen. Wenn uns diese Arbeitsgemeinschaft des redlichen Diskurses, kurz ARD, gelingt und wir damit den Menschen in Europa und der Welt in diesen stürmischen Zeiten eine Orientierung geben könnten, dann werden wir alle zu Leuchtturmbauern, die zu einer wahrhaftigen Menschheitsfamilie zusammenwachsen und die ihre Probleme und Konflikte an fairen, runden Tischen verhandelt. Das wäre unserer heutigen Zivilisation würdig und angemessen nach Jahrtausenden der kriegerischen Auseinandersetzungen. Wenn uns das gelingt, dann werden unsere Kinder eines Tages nicht nur vom Feiertag der Französischen Revolution sprechen, sondern auch vom Feiertag der deutschen Evolution. Liebe Mitarbeiter des öffentlichen Rundfunks, liebe Journalisten, liebe Redakteure, liebe Vertreter der vierten Säule, schreiben wir gemeinsam Geschichte.